Hallo ihr kleinen Gangster da draußen, willkommen zu einer kleinen Gameplay von GTA Online. Seit einem Jahr war ich nicht mehr GTA Online. Schauen wir uns mal an was sich geändert hat. Nachher meine Autos. Die sind cool. Ich war lang nicht mehr da. Ups. Und ja. Wir schauen uns mal ein bisschen den Online Modus an. Ob sich da was geändert hat oder nicht. Und ja, es geht ja auch in der Let's Play, wenn sie nicht kommen, weil... Dann hätte ich es mit Random Girl gemacht, aber sie spielt jetzt auch eigentlich glaube ich fast gar nicht mehr. Geht ja auch noch. Vielleicht werde ich mal so Videos machen, wo ich mit ihr Mission mache vielleicht. Wenn sie mal Bock hat. Gucken. Mal schauen ey. Mal schauen. Verzeihung. Und ja. Gibt es eigentlich neue Einstellungen hier. Spieler. Ich bin jetzt im Freude-Server, in den Öffentlich-Server werde ich natürlich nicht gehen. Ich bin doch nicht blöd. Ich wollte mir vielleicht mal das Criminal Enterprise Startup Pack holen. Ähm. Sollen wir mal gucken wie das... Wie viel das kostet. So. Gucken wir mal ob... Hier. Hier ist die Chessie, ne? Random Girl. 194. Boah. Okay. Oh, der Zock ist es nicht. Boah. 194. Da muss ich erstmal hin kommen. Corinthians 2ULL Meter. john Berg-Server.. Was ist das bloß. i was? Spiegel. Highline bis zurihnachten würde ich. Glockenze. Und dann oder? Ich gehe erstmal hin zucu corner. Nein oder? Oh nein. Ich gehe schon wie einblöd ist. Oh nein. Ah, ne Jacht, ne, bin ich nicht der Freund von. Tschüss. Ja, okay. Ja, jetzt machen. Okay, wir fahren jetzt mal zum Kladungsgeschäft, ich will mich einkladen für den Herbst. Äh, also die Steuerung, okay. Es gibt neue Radiosender, ich habe die Musik hoffentlich leise gestellt wegen Copyright. Ja, die sollte leise genug sein. Okay, es läuft dementsprechend flüssig. Äh, ja, 500 Mbitz. Weiß es nicht, wie es mit Explosionen ist, riesige Explosionen. Ja, es läuft nicht ganz flüssig, ich merke schon. Aber es läuft flüssig, ich habe das schon oft gespielt. Also ich kriege lauter E-Mails, ey. Meine Fresse. Dann kommen wir nächstes Mal, geht ja auch online folgen. Mal gucken. Aber ich denke, ich werde erstmal vielleicht in Missionen mein Level updaten. Mit mir wirst du sowieso, glaube ich, kann da ein bisschen gut machen, weil ich noch gar nicht über Level 100 bin. Ich werde mich wahrscheinlich erstmal in Solo-Missionen aufleveln. Das heißt, ich werde den Online-Modus, ähm... Der war schon, Online-Modus... Äh, offline zocken und mich da hochleveln. Ich werde mal gucken. Ähh, der fühlste so gut am dine dörren. Ah, ich sah da zur Frisur. Nee. Nee, das die sah da zur Frisur. Nee, keine Ahnung. Ja, die könnte ja hinkommen hier. Seitenscheidel, genau, das hab ich. Aber ich hab ja die Seiten auf 100. Gibt's hier auch Seiten auf 100? Äh, nein. Gut, dann nehmen wir das Seitenscheidel Highlights. Das ist Highlights. Okay, das Seitenscheidel einfach. Dann machen wir ein Bart. Glatt rasiert, kurze Stoppeln. Spitzbart, Kinnbart. Ungepflegt. Welchen Bart haben ich ungefähr? Ich hab... Ne, der nicht. Der auch nicht. Ja, der kann nirgen kommen. Ja, genau. Ach, Gott. Genau, so wie ich's haben. Die Augenbrauen, die sind bei mir. Die Augenbrauen, die sind bei mir. Schwarz wie die Nacht. Brust. Brust. Äh, rasiert. Genau. Kontaktlinz? Nee. Kann ich nur Brüder... Das lassen wir mal. Gesichtsbemalung? Nee. Make up? Nee. Nee. Das lassen wir so. Danke, dass wir nachher kommen. Fällt da die Brille aber... So, jetzt geh ich noch schnell zum Klamottenladen. Kauf mir Herbstkleidung. Herbstkleidung. Der Nickel Nickel Nickel. Oh, sorry. Ich hab den nachgesungen. Schockt ihr irgendwas haben? Hüde? Brauche ich nicht. Ah ja, hier. Worteiligen Norm. Äh, Lederjungen. Jetzt mich so assozial. Ich komm gleich. Ja, Mann, Alter. Ja, okay. Dann nimmer. Oh. Oh, die ist gut. Ach, ich muss an der Crew-Board drehen. Könnt mich nun mal marschen. Nein. So. Ah, ich kann auch hüde, aber auch noch. Ich kann mich rückwärts. Das. Du 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 du. Du 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 du. Ich komme. Ich komme. So. Schuhe. Ich würd sagen, es macht mir in der nächsten Folge bis dahin. Ich würd sagen, es macht mir in der nächsten Folge bis dahin. Ich komme.